Und damit herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft. Mein Name ist Malumo und ihr seht mich und Olaf, Stufe 53 Krieger, hier in der brennenden Steppe. Ja, wir haben noch ein paar Quests vor uns. Bin ich der Meinung, auf jeden Fall müssen wir hier diese drei noch abgeben. Und dann schauen wir mal, ob wir in diesem Part eventuell schon in ein anderes Questgebiet übergehen. Mal schauen. Ich mache jetzt zunächst mal die. Und gucken, was es damit auf sich hat. Tagt eure Schwarzfelskleidung. Ah, so, wir müssen... Oh, scheiße, verkaufen hätte ich mal gemusst. Egal. So, Schwarzfelskleidung. Und dann gehen wir mal da hoch. Nicht bevor wir uns nicht die beiden Erze hier geschnappt haben. Ich habe allerdings nicht mehr allzu viel Platz in den Taschen. Äh... Naja, was soll's. Wo muss ich denn lang überhaupt? Komm ich hier hoch? Nö. Hier komm ich auch nicht hoch. Aber irgendwo muss es doch hochgehen. Goldader. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Oh, hier ist aber, äh... Viel Erz. Schön. Auf jeden Fall ist hier in der Höhle einer. Zu dem wir müssen. Noch mehr Erz. Na nu? Ist der hier doch nicht, oder was? Oder ist der da noch tiefer in der Höhle drinnen? Ich weiß es nicht. Irgendwo muss er ja sein. Ah, da hinten. Alles klar. Ah, die Ärzte, die hier so auf dem Weg sind, die nehme ich noch mit. Das war's. Jedenfalls hier drinnen in der Höhle, würde ich sagen. Kommen wir hier hoch. Vor allem geht es denn da auch raus, wenn ich hier hochkomme? Ah, Moment. Ich muss näher ran. Egal. Aber hier, der ist doch auch hier in der Höhle, oder nicht? Würde ich jetzt einfach mal sagen. Wieso zum Teufel ist diese Scheißhöhle so groß? Ah, das ist wieder eine der Quests, die ich eher als nervig abstempeln würde. Dafür einfach mal alle Ärzte, die hier in der Höhle waren, gekrallt. Immerhin das. Oh, ich glaube, hier geht's raus. Ja, 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 ich sehe Tageslicht. Jetzt schauen wir mal, wo wir die anderen beiden Typen finden. Ich muss ja irgendwie noch weiter nach oben gehen. Da hinten ist eine Hängebrücke. Probieren wir es mal da lang. Irgendwo muss es ja hochgehen. Hier vielleicht. Mal schauen. Ah, das sieht ganz gut aus. Ja, okay. Hier haben wir wieder einen. Tog, Tog. Wie dem auch sei. Jetzt brauchen wir noch den letzten. Tog, Isak. Wo hat der seine Höhle? Der gute Tog, Isak. Äh, bringt die karosselinierten Schnitzel zu General Tog, Isak. Im Ofen der Feuermägen in der brennenden Steppe. Spricht mit Oberst Trottmann, wenn ihr eine neue Schwarzwaldsverkleidung braucht. Äh, ja, der muss ja auch hier irgendwo sein. Das war die andere Höhle. War hier nicht noch irgendwo eine andere Höhle, so ein Höhleneingang? Wenn ich da runterspringe, ich glaube. Das tut mir nicht ganz so gut. Ach komm, ey. Jetzt sucht man sich hier wieder dumm und dämlich. Na, doch. Das könnte es sein hier. Ah. Ja, Ofen. Ah, alles klar, das ist es. Ah. Wie gesagt, wenn die Mitrilvorkommen so auf dem Weg liegen, dann nehme ich es auch mit. Ist ja quasi geschenkt. Ah, nee, ich glaube, ich bin falsch. Ich glaube, ich muss hier lang. Ja. Nee. Doch. Ja, ja, das sieht gut aus. Das sieht ganz gut aus. Ah, was auch immer. Meldet euch bei Oberst Trottelmann zurück. Und dann wird es auch echt Zeit, dass ich mal verkaufe. Dass die Taschen mal wieder ein bisschen leerer werden. Nee, die Tascht-Taschen sind ja nun mal auch nicht gerade die größten mit 16. Egal. Jetzt erstmal zurück zur Morgenswacht. Ach du Scheiße. Wieso kann der mich erkennen? Jetzt bist du dran, mein Freund. Also lasse ich nicht mit mir machen. Oh. Muss ich erstmal wieder hier rausfinden. Ich hasse Urga-Höhlen. Obwohl die eigentlich gar nicht so kompliziert sind. Aber wenn man so verwirrt ist wie ich, dann... So, von da kamen wir. Wir müssen so und dann da hinten lang. Bin ich jetzt der Meinung? Ah, dann waren wir doch schon auf dem halben Weg raus hier. Oder? Oh nein. Das ist doch Mist. Das könnte es sein. Saggasse. Ich werde wahnsinnig. Ich kriege einen Vogel. Wo muss ich denn hier raus? Jetzt aber. Hier. Der läuft rückwärts. Oh, ja. Das sieht gut aus. Ach, geschafft. Wir sind noch einmal der Höhle entkommen. Ohne elendig zu verdorsten oder zu verhungern. Ah, ja. Jetzt wird das mal verkauft. Erstmal überall, wo das Goldstück abgebildet ist. Das wird sowieso verkauft. Oh, scheiße ist das alles durcheinander, ey. Ich muss jetzt erstmal gucken. Oh, was haben wir denn hier so weg? Eigenartiges Fleisch. Die ganze Scheiße brauche ich doch gar nicht. Hier ist sogar noch ein ungeöffneter Sack. Stärker und mehr Ausdauer. Ausweichen und Parieren sind natürlich dann minus elf jeweils. Das ist eher eine DD-Hose. Bleibe ich doch lieber bei meiner. Heiltränke, die behalten wir mal. Das ist Mist. Das ist Mist. Die haben wir eben angelegt. Was ist das hier? Stärke, Ausdauer, zehn, parieren. Ja, nice. Nehmen wir mal. So. Auf ein neues. Was haben wir mit den Schuhen? Ne, können wir nicht gebrauchen. Oh, Moment. Den legen wir mal an. Ihr könnt nicht mehr als einen. Achso, ich habe den schon einmal. Dann lege ich ihn noch mal halt an, weil der ja besser war als der andere. So. Schwarzes Vitriol. Da weiß ich nicht, ob ich das noch brauche. Diese ganzen Edelsteine und sowas, das kann ich dann alles mal, wenn ich das nächste Mal in Sturm mit bin, mal ins Bankschließfach tun. Was habe ich da Schönes bekommen? Platte, Handgelenk. Nur Müll. Oh, Videosequenz. In der Zwischenzeit auf dem Schreckensfels. Jetzt. Ja. Ah. Wir sind fast bereit, diesen Kampf zu beginnen, Brüder. Trogizok, was ist los? Warum bedeckt ihr euer Hinterteil auf diese Art und Weise? Was? Kein besonderer Grund. Es ist nur... Etwas ist wirklich nicht in Ordnung mit meinem Magen. Ich glaube, es war etwas, was ich gegessen habe. Könnt ihr doch immer unsere Truppen anführen? Müsst ihr einen eurer Offiziere befördern? Timan ist von der Aschensäule gefallen. Otana wurde von Wölfen gefressen. Gorlop fiel in Lava. Und die meisten anderen meiner Offiziere sind einem sehr außergewöhnlichen Unfall mit einer Keule zum Opfer gefallen. Ich verstehe. Nun ja, tut einfach das Beste, was ihr könnt. Und... Ah, fuck. Jetzt war ich zu langsam. Die Süchtel, die ihr herbegebracht habt, sie sind ausgewacht und haben angefangen auf alles. Und ich bin einfach zu langsam. Alter, wer soll das so schnell lesen? Naja, der grobe Kontext... Den weiß man ja ungefähr. Also, der Stab ist cool. Manu Gul Ticha Maladat. Und nun benutzt schnell die Kugel der Herrschaft, bevor sich ein... Ja. Hm. Okay. Alter. Ich glaube, die habe ich mir noch nie angeguckt, diese Videosequenz. Der Grubenlord ist frei. Wir sind verloren. Rückzug. Schnell. Alle zu den Drachen. An alle Truppen. Zu den Drachen. Die Drachen werden uns retten. Ich habe nie irgendwelche Drachen herbeigerufen. Was soll ich jetzt machen? So. Ach, cool. Ne, die Quest... Also, die kann ich mich absolut nicht erinnern. Ich glaube, so weit habe ich hier nie gequestet, ey. Sterbt. Die Arme. Irgendwie tun sie mir auch ein bisschen leid. Oh, na ja. Sind die auch nicht unbedingt nett zu mir gewesen. Oh, ja. Irgendwo eine größere Truppe da hinten. Sehr schön. So, auf der Morgenswacht. Mal sehen, ob ich bis da hinten hinfliegen kann mit dem Drachen. Ein bisschen schießen unterwegs. Hey. Hey. So, da sind wir. Oberst Trottelmann. Hey. Was? Oh, er ringt bei eurer Gilde einen ehrfeuchtigen Ruf. Tötet General Tork Isorg, Drachenlord Neralak und den oberstnächsten Meister Xilun. So, dann machen wir das. John Jay Kieschen ist mit dabei. Wieso kann der eigentlich so verdammt schnell laufen? Ich glaube, die greifen uns gar nicht an, ne? Weil die verängstigt sind. Oder kann ich... Oder die greifen uns doch an? Habe ich gar nicht mehr die, äh... Die, 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 die Verkleidung? Sind die jetzt noch da, wo ich sie eben gefunden habe? Oder muss ich die jetzt woanders suchen, die Vögel? Das ist jetzt die Frage. Okay. Das ist jetzt die Frage. Hm. Wie ist da der... Der Kreis, wenn hier gar keiner ist? Ah, ich muss mich jetzt durch diese ganze verfluchte Höhle kämpfen. Da habe ich ja absolut gar keinen Bock drauf. Habe ich hier auch wirklich nicht immer die Schwarzfelsverkleidung? Ah, Dreck. Okay, die Höhlen sind nicht mehr ganz so voll mit Gegnern. Ah, es geht relativ zügig. halt nicht mehr. Ach so, wenn ich hier nicht verstanden habe. Ah, oh ich weiß. Oh, ich weiß. H sarà ran. naja dann macht das ja schon ich nehme mich an ich glaube nicht ja der nächste mal gut dass ich john jay shisha dabei habe hätten wir ein bisschen den rücken frei wenigstens so gut das war der glaube ich weiß auch noch wie ich zu den anderen finde so halbwegs ja die kämpfen hier so vor sich hin reifen die mich an pisst euch verpisst sich alde so der andere war irgendwo da hinten also wird john jay ah da ist er ja johnny boy kein bock gegen die alle zu kämpfen ey ach du scheiße das ist hier oben los erstmal die aggro loswerden gucken ob das reicht bis hier hinten brauchen nämlich nur noch die kleine gruppe hier vorne machen ja 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 so drachenlord neralak jetzt geht es dir in den kragen mein freund ganz schön schade ich soll jetzt die flammen rausgehen das wäre eine gute idee so und der letzte war da unten in dieser ollen oberhöhle schauen wir mal ja jetzt nicht sterben olaf kommen wer richtig mies wenn ich jetzt sterbe durch runterfallen lieber vorsichtig so so Das war's für heute. Oh, er pullt die einfach, Alter. So ein Penner. Ich wollte mich dezent an den vorbeischleichen. Er pullt die. Affen Arsch. Oh, nicht drei. Oh, kommt. Kommt alle her. John Jay, jetzt sieht zu, Alter. John Jay, rette mich. Naja, so knapp ist er auch noch nicht. Oh. Ein erheblicher Eiltrank. Wie schreit er denn da jetzt? So, jetzt sind wir gleich da, wo wir hinwollen. Oder? Oder bin ich jetzt, habe ich mich jetzt schon wieder verlaufen, ey. Kein Scheiß. Ah, natürlich habe ich mich verlaufen. Ah. Fuck. Na ja, was soll's. 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 Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Na, jetzt voll um. So. Zurück zur Morgenswacht. Jetzt stellt sich wieder die Frage, wo lang? Da auf jeden Fall nicht. Ah, das hier könnte richtig sein. Ja, das sieht gut aus. Oh, oh. Schön. Das wäre auch geschafft. Jetzt müssten wir auch eigentlich langsamer durch sein hier. Äh, so viel gibt es ja hier nicht mehr. Wohl, Flammenkamm und sowas. Da waren wir noch nicht. Kann natürlich sein, dass da noch irgendwas ist. Ah, immer wieder schön, wenn dieses Erz da ist, wenn man kommt. Ehre dem König, Freund. Untersucht die Kiste mit üblich gebliebenen Vorräten in Morgenswacht in der brennenden Steppe. Ziehe den Ehren, Freund. So, die brennende Steppe, das war's. Wir sind durch. Schön. Das ist doch das perfekte Ende für diesen Part. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gut gefallen. Kritik, Anmerkungen, Lob, alles in die Kommentare. Ich freue mich über jedes Kommentar. Ich freue mich über jedes Abo und jedes Like für meine Videos. Und, äh, ja, wie gesagt. Ich hoffe, es gefällt euch noch soweit. Ansonsten lasst es mich wissen. Wenn es euch noch gefällt, schätze ich mal, wir sind zum nächsten Part wieder. Und bis dahin sage ich, ciao, macht's gut, Leute.